Und für uns in Brüssel, für Sie, meine Damen und Herren, ist mein Kollege Michael Kronz. Michael, ist denn irgendetwas von Abschiedsstimmung bei Angela Merkel zu spüren auf dem Gipfel? Also vielleicht von den anderen, die mit teilnehmen, aber glaube ich nicht von ihr selber. Sie ist ja jemand, die ihre Emotionen sehr im Griff hat, die sehr pragmatisch ist. Und sie wird sich sagen, jetzt habe ich das so lange gemacht, 107 Mal. Das haben wir jetzt gerade auch in dem Beitrag noch einmal gehört. Jetzt ist es auch gut, aber sie ist natürlich jemand, die hier ein enormes Ansehen hat, weil sie einfach in sehr, sehr schwierigen Verhandlungen immer wieder mal Kompromisse gefunden hat. Und das, was wir heute erleben, sind ja auch sehr schwierige Kompromisse. Es gibt zwei Äußerungen, einmal vom luxemburgischen Premier Bettel und einmal vom Bundeskanzler Österreichs Schallenberg zu Angela Merkel. Die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tack, 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 tack. Und dann haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. Weil meistens, wenn wir überhaupt nicht einig sind, dann kommt überhaupt nichts mehr raus. Und dann machen wir Posa und die Frau Merkel hat meistens dann trotzdem noch was gefunden, was uns gemeinsam verbindet, um es weiterzuführen. Also ich werde sie vermissen, Europa wird sie vermissen und wir als Luxemburger, als Nachbarn auch. Aber es ist eine große Person, die uns verlassen wird. Ich freue mich auf eine Arbeit mit der neuen Regierung, aber ich muss Ihnen sagen, dass die persönliche Beziehung zu Frau Merkel eine Person ist, die ich sehr, sehr viel schätze. Und ich werde sie persönlich sehr viel vermissen. Sie wird eine Lücke hinterlassen. Jemand, der so lange in dieser Position ist, so prägend mitgestaltet hat bei der Europäischen Union, wird natürlich eine Lücke hinterlassen. Sie war ein Ruhepol, wenn man so will, innerhalb der Europäischen Union. Und es ist für uns einfach wichtig, dass wir wissen, wo Deutschland steht, was ist der deutsche Kurs, wofür steht Deutschland. Da müssen wir sehr schnell Klarheit haben. Und natürlich, jeder Wechsel bedeutet auch Änderung. Und sie war zweifellos eine große Europäerin. Ja, soweit zu Angela Merkel. Kompromissmaschine Angela Merkel, sehr schön. Michael, lassen Sie uns mal über die Inhalte des Gipfels sprechen. Der Streit mit Polen scheint ja die anderen Themen auf der Tagesordnung irgendwie zu überschatten. Inwieweit wird Polen denn aber in der Abschlusserklärung überhaupt erwähnt werden? Ja, offenbar nicht. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sich vielleicht auch mal wieder Angela Merkel durchgesetzt hat. Sie hat von Anfang an gesagt, wir brauchen hier einen Kompromiss. Wir müssen mit den Polen im Gespräch bleiben. Obwohl das eine fundamentale Frage der Europäischen Union ist. Wenn ein Land wie Polen, und übrigens gehört natürlich auch Ungarn dazu, sagt, das, was wir hier beschließen in unserem Land, dass wir an Gesetzen umsetzen, das unterliegt nicht den europäischen Gesetzen, den EU-Gesetzen, dann stellt man sich quasi in eine Ecke. Und dann ist im Grunde genommen auch ein Kompromiss sehr, sehr schwierig zu finden. Denn es geht ja um sehr grundlegende Fragen, etwa der Gewaltenteilung. Da gibt es eine Justizreform in Polen, die massiv kritisiert wird, weil sie ja im Grunde auch die Aufteilung der Gewalten infrage stellt. Also das sind fundamentale Fragen, die die Europäische Union zusammenhalten, sofern sie sich alle daran halten. Und wenn dann Länder wie Polen oder auch Ungarn ausscheiden, beziehungsweise diese Sachen nicht mehr anerkennen, die gemeinsame Hausordnung, wie Manfred Weber das genannt hat, dann wird es natürlich sehr schwierig. Und es ist immer wieder von Angela Merkel der Versuch gemacht worden, ja gestern auch mit Morawiecki zusammenzusitzen und nochmal den Dialog zu suchen, auch bilateral zu sprechen. Es ist jetzt immer die Frage, wie geht man tatsächlich mit einer solchen Problematik, Grundlingenproblematik um. Es gibt ja auch durchaus etwa den niederländischen Premier Rutte, der sagt, man muss da auf den Tisch hauen. Also das sind sehr unterschiedliche Umgangsformen, die da gewählt werden könnten, um eine Lösung heranzuführen. Aber das wird sehr, sehr schwierig werden. Wie einig war man oder ist man sich denn heute bei den anderen Themen an Tag 2 des Gipfels? Also Stichwort Migration. Ja, alle Länder sehen mit großer Sorge, was da an der polnischen Gräse passiert. Da wird ganz offenbar von Lukaschenko die Situation ausgenutzt. Man ist bei Lukaschenko sauer darüber, dass es Reaktionen der EU gibt auf die Situation im Land. Jetzt hat man die Möglichkeit, Migranten über die Grenze zu schieben. Und da gibt es Schlepperbanden, da gibt es organisierte Kriminalität. Und es ist sehr schwierig, dagegen vorzugehen, denn diese Grenze müsste ja quasi mit einer Art Zaun oder Mauer bewährt werden. Darüber ist auch diskutiert worden. Und da wird auch mit Sicherheit in nächster Zeit etwas passieren. Denn es sind ja steigende Zahlen von Migranten, die Lukaschenko offenbar über die Grenze zwischen Weißrussland und Polen schickt. Bei anderen Fragen gibt es durchaus Einigkeit. Da gibt es schnell pragmatische Lösungen, zum Beispiel in Beziehung auf die Impfproblematik. Wir haben ja enorm steigende Zahlen bei den Ansteckungen auch in Deutschland. Und da muss man sich fragen, wie man jetzt darauf reagieren kann. Und auch da ist eine europäische Lösung sicherlich die sinnvollste. Schauen wir noch kurz auf die Energiepreise. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich ja wie erwartet nicht auf ein einheitliches Vorgehen gegen die hohen Energiepreise eidigen können. Wie soll es da nun weitergehen? Es gibt drei Möglichkeiten, bei diesen enorm gestiegenen Energiepreisen zu reagieren. Es gibt einmal die Möglichkeit der Subvention. Das heißt, diejenigen in der Bevölkerung, die im Zweifelsfall besonders darunter leiden, und es geht ja nicht nur um das Benzin, es geht um Gemüse, es geht um Obst, was enorm im Preis gestiegen ist, die kann man direkt subventionieren. Denen kann man direkt helfen. Das tun Länder wie zum Beispiel Spanien. Dann gibt es die Möglichkeit zu schauen, ob man diese Preise in irgendeiner Form mit den Steuern verrechnet, also Steuerermäßigungen umsetzt. Auch das ist eine Lösung. Die Kanzlerin hat sozusagen einen Mittelweg eingeschlagen. Sie sagt, nein, wir müssen auch den Marktmechanismus berücksichtigen. Das heißt, sie setzt darauf, dass man im Zweifelsfall über die Marktsituation versucht, die Preise ein bisschen zu senken und zu drücken. Was jetzt der goldene und der richtige Weg ist, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Hoffentlich findet die EU da einen guten Weg, denn es ist natürlich so, dass die Betroffenheit in den Ländern überall existiert, aber die Betroffenheit auch unterschiedlich ist. Frankreich mit der Atomenergie ist zum Beispiel bei der Stromversorgung natürlich nicht so betroffen wie andere Länder. Etwa beim Gas muss man schauen, ob man da gemeinsam vorgeht. Denn man könnte ja zumindest versuchen, in einigen Bereichen die Gaspreise ein bisschen zu drücken, wenn man gemeinsam als Europäische Union auftritt. Auch das sind Sachen, die in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich weiter diskutiert werden. Michael Krohn war das. Vielen Dank nach Brüssel. Vielen Dank.